Mein Name ist Nikolas Hött. Ich führe zusammen mit meinem Vater Walter Hött die Maler Hött GmbH in Trier in dritter Generation. Unser Betrieb besteht nunmehr seit über 70 Jahren, beschäftigt 25 Mitarbeiter, drei Azubis und drei Meister. Weiterbildung und Ausbildung werden bei uns im Betrieb großgeschrieben. Wir bilden ständig unsere Mitarbeiter weiter in Bezug auf Materialien und auch in Bezug auf den Umgang mit Kunden. Ein Projekt, bei dem es besonders auf die Kundenbetreuung ankam, war die Umsetzung eines ganzheitlichen Raumkonzeptes für den Salon Living Hair in Trier. Hier wurden, neben qualitativ anspruchsvollen handwerklichen Tätigkeiten, auch Beratung und Gesamtplanung übernommen. Qualität bedeutet für uns ausgebildete Fachkräfte, hochwertige Materialien, optimale Verarbeitung, um ein Höchstmaß an Zufriedenheit beim Kunden zu gewährleisten. Das bis ins Detail abgestimmte Farb- und Materialkonzept reicht vom Salon bis in die großzügige, fröhlich ausgestattete Kinderecke. Mit der Ausarbeitung von ganzheitlichen Raumkonzepten waren wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich und versuchen in Zukunft auch das noch weiter auszubauen und unseren Namen über Trier und Umgebung hinaus bekannt zu machen. Im Bereich Denkmalpflege genießt die Maler Hött GmbH schon seit geraumer Zeit einen sehr guten Ruf. So wurde unter anderem eine Vielzahl von Fassaden in der Trierer Altstadt meisterlich restauriert. Der Meistertitel bedeutet für uns, junge Menschen ausbilden zu können und ihnen den Beruf des Maler und Lackierer näher bringen zu können. Für die Kunden bedeutet der Meistertitel Qualität und Vertrauen. Nicolas Hött genießt nicht nur das Vertrauen der Kunden, auch sein Vater bringt ihm großes Vertrauen entgegen. Momentan führe ich zusammen mit meinem Vater das Unternehmen und zum späteren Zeitpunkt werde ich es dann auch übernehmen können und versuchen weiterzuführen. Nikolas Hött, Qualitätsmeister 2010